Hallo zusammen, ich bin Simon, hier gerade in Shanghai, wo wir das dritte Rettung des ESV-Kritte sind. Ich bin an die Strecke hier, wo absecklen, die sind rund 5,4 km. Was hier noch speziell ist, ist die linken Fahrgeladen im Cornwall-Circuit. Sie ist über 3 km lang und da gibt es Spitzenaufwendigkeiten von über 330 kmh. Wie ihr wisst, ich seckle für einen guten Zweck und wäre schön, wenn ihr etwas einzahlen würdet für die beiden Hilfsprojekte. Macht's gut! Das war mir, bis jetzt nicht viel zufrieden auf. Das war mir, bis jetzt niemals zufrieden. Wofür sind wir, bis jetzt schon wieder zufrieden. Was hier ist, was wir gesehen haben? Was hier ist, was wir sehen uns vorher und wir sehen uns dann noch mal wie viel Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017